Wir sind jetzt im Annapurna Basis Lager. Es liegt auf 4100 Meter. Hier sehen Sie das herrliche Panorama auf Annapurna Massif und einige Lodges hier. Wir waren um 5 Uhr hier, deshalb sehen wir den Untergang auf Vistel. Es ist 6000 Unitmeter hoch. Darunter sehen Sie Gletscher. Das ist einer der größten Gletscher in Nepal. Die Berge mit Gebetpfändchen sieht sehr schön aus. Es ist kalt. Ich denke, es ist ungefähr 5 Grad, denke ich. Also in der Nacht wird es noch gelder. Deshalb übernachten wir nicht hier, sondern gehen wir runter nach MWC. Es ist weniger gelder als hier. Es findet Vistel eine der schönsten Berge in Nepal. Es sieht wie Matron aus, aber nicht von hier, sondern von Pohara.